Jesus, danke vielmals. Wir singen dir das. Du bist unser grosser Gott und ich bete darum, dass wir deine Stimme hören dürfen, was du uns jetzt sagen willst und wo du ganz individuell zu uns reden möchtest. Amen. Das Thema von heute ist vom Traum zum Risiko. Wir schauen die Geschichte von Nehemiah oder mich kann es auch anders nennen. Was ist deine künste Bitte an Gott, den du hast und was musst du dafür machen? Was ist deine künste Bitte an Gott und was musst du machen? Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte und zwar John oder Charles Wesley. Man weiss es nicht genau, das sind Begründer vom Methodismus und dank denen haben wir ein Wunder, dass wir nämlich am Montag oben, am 5. November in der EMK im Café sein können. Weil ohne diese zwei Kollegen gäbe es die EMK nicht. Die EMK ist nur wegen denen. Darum habe ich gefunden, ich muss mit denen anfangen mit einer Story. Einer von denen, weiss man nicht genau welcher, das ist nicht überliefert, hat einen Traum gehabt und ist von einem Engel in den Himmel geführt worden und in einen Lagerraum, der voll ist gewesen mit Schachteln drinnen und mit Auslagen bis zu der Decke gedürmt. Und nachdem der Engel ihm alle Schachteln, alle Auslagen gezeigt hat, unendlich gross, unendlich weit, hat Wesley gefragt, warum sind die Schachteln da? Oder die hätten besseren Platz in der Hölle. Er war ja Theologe. Warum im Himmel kann man nichts damit anfangen und was haben sie für eine Bedeutung? Und sagt der Engel, schau, die Schachteln stehen, für all die Antworten auf die Gebete, die die Christen nie gebetet haben. Und ich möchte anfangen mit der Frage. Kann es sein, dass ein Traum, dass ein Wunder in deinem Leben ausbleibt, weil du den Traum nur in deinem Herz hast und nie auf deinem Mund und nie ausgesprochen hast, nie gesagt hast, Gott, das will ich eigentlich. Das ist mein grösster Wunsch. Und das ist das Thema von heute. Was ist deine kühnste Bitte an Gott? Und Nehemia, den schauen wir an. Er hat einen riesigen Traum, er hat einen riesigen Wunsch und er bebetet den vier Monate lang. Das ist, wenn man Nehemia 1.1 mit Nehemia 13.1 mit Nehemia 2.1 vergleicht. Vier Monate lang hat er diesen Traum nur im Herz. Und dieser Traum ist 1.196 Kilometer gross. Nämlich, es ist die Strecke von Babylon nach Jerusalem. Sein Bruder ist gekommen und hat ihm erzählt, 140 Jahre vor Nehemia ist die ganze Stadt Jerusalem verbrannt worden, zerstört worden, den Tempel in Schuttentaschen gerissen, alle Juden sind deportiert worden. Damit auch die Vorfahren von Nehemia. Nehemia hat die Stadt nie gesehen, aber er hatte es im Herz. Er ist 140 Jahre später in Babylon aufgewachsen, ist Mundschenk geworden, beim persischen König, dem Artaxerxes und er hat gehört von dieser Situation und hat vier Monate das bebetet und dann ist der Tag gekommen, wo er sein Gebet, das er nur für sich, in seinem Herz hatte, ausgesprochen hat. Und das fängt an in Nehemia 2.4, das ist nämlich der Artaxerxes, plötzlich merkt, hey bei dem Nehemia ist irgendetwas anderes. Und er fragt ihn dort Nehemia 2.4 folgendes. Was begehrst du denn? Da, sein Stossgebet, betete ich nochmals zum Gott des Himmels. Weißt du, Nehemia. Das ist ein Moment gekommen, wo er nur kurz betete und zwar betete er zum Gott vom Himmel. Ich habe mich gefragt, wieso. Das ist nämlich die Lieblingsbezeichnung von Nehemia für sein Gott. Er sagt immer viermal in seinen allen Gebeten, der Gott vom Himmel, vielleicht hätte er den Traum von Wesley schon gekannt. Dass im Himmel die Schachteln mit den Antworten sind auf Gebete, die wir nie gesprochen haben. Und er betet nochmals das Gebet und er hofft, dass der Gott vom Himmel die Schachteln mit der Antwort auf. Und er betet Gott darum, dass er ein Wunder macht. Und jetzt ist die Hauptfrage, wieso ist das so weltbewegend ein Wunsch von Nehemia, dass er 1196 Kilometer zurück nach Jerusalem gehen darf und dort die Stadtmauer aufbauen. Was ist da dran so kühn? Dazu muss man einfach ein bisschen forther gelesen haben in der Bibel. Und zwar, sein Bruder ist er gekommen aus Jerusalem und hat dem Nehemia berichtet, was die Situation ist in Jerusalem. Er hat ihm gesagt, die ganze Stadt brachte. Und er wird ihm auch erzählt haben von Ezra 4. Das ist das Buch vorher in der Bibel. Ja genau, es hat noch knapp meine Schachteln. Er hat ihm erzählt, sie haben schon angefangen, die Stadtmauer aufzubauen. Aber der Shimshai und noch einen anderen persischen Beamten haben sie daran gehindert und haben dem Artaxerxes einen Brief geschrieben. Und haben dem Artaxerxes berichtet, die Israelis wollen wieder die Stadt Jerusalem aufbauen. Das ist ein aufreurerisches Volk, das sich gegen jede externe Macht wehrt. Und sie haben ihm um ein Dekret gebetet, dass sie das verhindern dürfen. Und Artaxerxes sagt dort sechs Kapitel, bevor jetzt Nehemia mit seinem Traum kommt, ich gebe das Dekret, dass er sie daran hindern darf, dass er sie zurücknehmen darf, dass er sie umbringen darf, was auch immer. Das heisst, und Nehemia kommt jetzt und hat die kühnste Bitte, dass der persische König ein Dekret wieder zurücknimmt. Und jetzt kommt der matchentscheidende Punkt. Ein persischer König damals hat sein Dekret nicht zurücknehmen dürfen. Das heisst, er konnte nicht ein Dekret, das er gelassen hat, auflösen. Das wissen wir aus der Geschichte, oder die, die die Geschichte von Esther kennen, auch in Babylon gefangen und so weiter. Dort ist genau die Situation, dass der Nehemia sagt, ich kann mein eigenes Dekret nicht mehr auflösen. Und Nehemia geht und bittet Artaxerxes faktisch darum, sein Dekret aufzulösen, indem er ihn einfach sendet. An sich nicht auflöst, dass sie daran gehindert würden, aber dass zumindest Nehemia gehen darf. Und er sagt, ich will zwölf Jahre dort sein und ich will die Stadtmur und den Tempel wieder aufbauen. Und ich möchte die Begleitschreiben von dir, dass ich sogar aus dem königlichen Wald das Holz schlagen darf. Das ist eine kühne Bitte. Und meine Frage an dich ist, wenn er betet zum Gott vom Himmel, was ist deine Bitte? Und wo du eine Antwort von Gott möchtest. Wo du einfach sagst, und das bete ich, dass Gott das macht. Denn der Punkt ist, wenn ich sehe in der Bibel, viele Wunder sind beinahe nicht passiert, weil die Leute nicht mutig gebetet haben. Der Petrus wäre nie auf dem Wasser gelaufen, wenn er nicht die kühne, nicht existenzielle Bitte hatte, ich will auf dem Wasser zu dir kommen. Oder es war niemand am sterben gewesen. Ja, der Sturm war ja fast schon vorbei gewesen, Jesus ist da. Und es wäre keine Not gelindert, dass Peter sagt, ich will auf dem Wasser zu dir kommen. Aber das Wunder wäre nicht passiert, wenn Peter es nicht in die kühne Bitte hatte. Das erste Wunder von Jesus wäre nicht passiert, wenn Maria nicht gekommen wäre und hätte gesagt, dass wir in der Hochzeit, wir haben keinen Wein mehr. Ist auch gerade niemand im Sterben gewesen. Und so sind die meisten Wunder, ich glaube, im Himmel aufgehoben, weil wir sie gar nie gebetet haben. Und jetzt ist ein Punkt. Mit Gebet und Wunder, wir haben doch irgendwie ein bisschen skrupelt, dürfen wir wirklich alles beten? Und es ist nicht egoistisch? Und was ist, wenn Gott nicht erhört? Ist denn keine Schachtel im Himmel bereit? Oder was ist denn überhaupt? Und ich möchte auf das eingehen, aber ich möchte einen Vers aus Jakobus 4, Vers 2, da steht folgendes. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Lernt uns der Kirche sein, der betet, dass Gott Wunder tut. Und ich möchte dich ermutigen, wie heute vielleicht sagen, dass Gott, das ist meine Bitte. Ein Wunder, eine Heilung, eine Bekehrung, auch einen Job, eine Familie, was auch immer. Und das heisst so hinterher, und das wird mir, ich habe den ersten Teil des Vers, den ersten Teil des Vers habe ich nie gelesen. Der ist mir nie gesagt worden, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Sondern es ist mir immer gesagt worden, ja, Martin, du musst aufpassen, dass du nicht in der falschen Gesinnung bittest. Also, aber dann lern uns mal schauen, was dann die richtige Gesinnung ist. Und ich habe hier drei Schachteln, weil ich glaube, am Nehemiah und wenn man die ganze Bibel schaut, es gibt drei Punkte, wie wir dann beten können, dass wir eine gesunde Form haben, wie wir Gott jeden, den uns anbringen dürfen. Und das Erste ist, bist du bereit? Oder beim Zögeln musst du irgendwie bereit sein. Wir sind schon hoch bereit, oder? Wir schlafen eigentlich nur noch fast auf dem Duvet. Gar nichts mehr fast haben wir sonst mehr. Die Matratze haben wir schon fast bereit gestellt. Nein, auf der schlafen wir noch. Aber bist du bereit, oder, zum Zögeln? Wenn jemand am Mittwoch noch Lust hat, zum Zögeln oder am Dienstag auch, ist das eine herzliche Einladung, ja. Ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, Mattis, ich kann unbedingt zögeln, oder? Dann muss ich nämlich nicht ins Fitness, ins Krafttraining. Habe ich auch noch nie so gesehen, aber... Genau. Bist du bereit? Und das ist das Erste, alles hinzugeben an Gott. Weil ein Wunsch an Gott ist eigentlich der Moment, wo du sagst, Gott, ich lasse alles mal aus meiner Hand. Oder meistens springen wir für unsere eigenen Wunder. Wir machen und arbeiten und tun und... Bist du bereit, mal alles hinzugeben und sagen, oh Gott, ich gebe es dir ab? Wir Schweizer haben so Rechenschaftsverhältnisse überall, oder? Ich gebe etwas, damit ich etwas bekomme. Und dieses Rechenschaftsverhältnis, das übertragen wir auch auf Gott. Ich bitte etwas, dann gebe ich etwas, dann muss er es mir auch geben. Und das Erste ist, bist du bereit, alles hinzugeben, bedeutet, bist du bereit, den Wunsch Gott zu zeigen, aber ohne ihn noch irgendwie dazu zu Dingen oder zu verpflichten, dass er dir etwas geben muss, denn Gott muss nichts geben. Gott ist einfach kein Schweizer. Ja. Er kommt mir pünktlich, haben wir auch schon gelernt. Es ist einfach kein Schweizer, oder? Und da auch nicht, oder? Er wird dir nie etwas geben, weil er muss, sondern weil er will. Und er will dir deine Wünsche erfüllen. Aber es kostet etwas, die Bereitschaft einfach zu sagen, Gott, und das ist mein Wunsch und ich gebe ihn einfach dir hin. Ich weiss nicht genau, was passiert. Wir rechnen auch mit Enttäuschung. Und darum, glaube ich, sprechen viele ihres grössten Gebets, das sie haben, gar nicht aus. Weil sie Angst haben, enttäuscht zu werden. Was ist, wenn nichts passiert? Dann macht man es lieber nicht. Ich habe das so erlebt, wir haben hier unsere Vision vorgetragen, was unsere Vision ist als Kirche. Und ich habe mir das dreimal überlegt. Mathis, willst du das sagen? Wolltest du sagen, dass wir von der regelmässigen, die monatlichen Eingaben, die wir bekommen werden, von Anfang weg werden 10% weggegeben? Wolltest du das wirklich sagen? Weil die Leute werden dir die Köpfe einhauen, weil du ja schon eher das, was sein Geld noch verzehnt ist, oder? Gerade weil er verschaut ist, oder? Dann, ja, dann habe ich kürzlich angerufen. Wir haben gesagt, mit unserem Zehnten, wir wollen immer überlegen, wer wir unterstützen möchten. Wir haben gesagt, jeweils für ein Jahr möchten wir ein Projekt unterstützen. Und jetzt haben wir gedacht, Harip Pellner, er macht eine Gemeindegründung in Könitz, bei Berner, das ist eigentlich etwas Porno zu uns. Und wir möchten ihm 10% geben. Da habe ich mir angerufen, ob er überhaupt Bedarf hat. Oder vielleicht schwimmt früher in Geld, habe ich nicht gewusst. Ich habe gesagt, nein, ich schwimme nicht in Geld, aber er kann Aldi nebenzu. Auf jeden Fall. Mathis, wieso willst du mir den Zehnten geben? Den brauchen wir jetzt selber. Ihr seid auch eine Gemeindegründungsbewegung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schon gut. Aber es ist einfach mein Prinzip, weil ich glaube daran, dass Gott Wunder macht. Und ich gebe es ihm einfach ein. Und wenn er es nicht macht, ich mache es trotzdem. Weil ich nicht mit einem Rechenschafts-Gott leben will. Ich will nicht einen Gott, der mir nur das gibt, was er dazu verpflichtet ist. Ich will einen Gott, der mir mehr gibt, als er verpflichtet ist. Er hat gesagt, aber Mathis, wir machen das im Fall nicht. Er hat gesagt, es ist mir egal. Wir machen das. Und wir wollen das. Und jetzt kommt etwas mega Cooles. Ich glaube, ich glaube einfach daran, dass Gott Wunder macht, wenn wir alles riskieren. Wir waren jetzt nicht an der Pascua. Ich konnte eigentlich zweimal im Jahr eine Pastorenkonferenz mit allen Pastoren und so weiter. Und eigentlich zahlt er das Kille. Das ist jetzt nicht der Grund, dass wir das durch nicht gemacht haben, weil wir ja das Konto erst gerade eröffnet haben. Wir wollten jetzt nicht gerade stürzen, bevor wir es überhaupt eröffnet haben. Sondern der Grund ist, dass wir nicht sind gewesen, weil Cicke hat angefangen zu arbeiten. Es ist gar nicht gegangen. Wir zügeln und so weiter. Aber dann hat ein Pastorenkollegen festgestellt. Mathis und Cicke sind gar nicht angemeldet. Räutet er mir an und sagt, Mathis, ihr seid nicht auf der Anmeldung. Hat es mir jetzt zu tun, dass ihr es nicht zahlen könnt? Wir wären bereit, euch das zu zahlen. Der Gleiche ruft uns an oder schreibt eine E-Mail und sagt, wir haben einfach eure Kindergründung gehört und wir möchten euch finanziell unterstützen. Und da kommt Geld von Thun zu uns. Und einfach so, wir haben nie darum gebetet. Ich habe nie ein Werbemail geschickt. Ich habe auch keinen Infobrief zu uns. Gar nichts. Und ich glaube, zuerst ist einfach, bist du bereit, alles hinzugehen, egal ob es kommt oder nicht. Und das Zweite, bist du, und das ist viel schwieriger, es wird immer schwieriger, ja. Bist du bereit, ganz ehrlich zu sein zu Gott. Und wirklich zu sagen, was du wünschst. Weil es gibt, ich kenne Christen, die sagen mir, oder ich kenne Menschen, ja weisst du, ich bete das nicht, ich bin mega demütig. Oder, ich brauche eigentlich nichts von Gott, ich lasse mich an allem genügen. Aber das ist eine verkappte Form von Stolz. Etwas nicht zu sagen. Und man sagt, jeder Mensch hat ein bis zwei Geheimnisse in seinem Leben, die dir niemandem erzählt. Das wäre eine super Frage für den nächsten Eheabend. Hey, was ist das ein oder zwei Geheimnisse, wo du... Und überlege, es gibt Punkte, vielleicht hast du alles erzählt, aber es gibt Punkte, wo du dich mega überwinden musst, das jemandem erzählen. Irgendeine Erfahrung, irgendetwas, die du gehabt hast, eine Beziehung oder was auch immer, die du nicht einmal deinem Partner fast gibt, brauchst du zu sagen. Und das hat irgendwie auch damit zu tun, wir haben wie manchmal Skrupelgott alles zu sagen. Und diese Frage, was begehrst du, was der Artaxerxes stellt, die stellt eigentlich auch Gott uns. Was willst du wirklich? Weil er will es wissen. Wieso? Weil das, was nur in unserem Herzen ist, macht uns krank. Es frisst es auf. Wenn du ein Geheimnis hast, das nur du weisst, früher oder später wird es dich auffressen. Es wird dich versäuchen von innen her. Und Gott weiss das. Und auch ein Wunsch an Gott wird dein Leben versäuchen. Du wirst irgendwann bitter werden über Gott, dass er nichts macht. Aber das ist, weil du den Wunsch in deinem Herzen behaltest. Und du wirst erleben, wenn du es einfach mal getraust, zu sagen, du machst so, ohne es ist wie Befreiung. Ich habe das erlebt bei einem anderen Punkt. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber wenn wir keinen Polizisten unter uns haben, sage ich es. Der Phileas ist auf die Welt gekommen und ich habe mich am Abend total übermässig genervt. Ich weiss auch nicht, woher er die Gab hat. Und ich bin ausgeraschen, ich habe einen geklöpft. Auf diesem Moment wusste ich, oh meine Güte, das ist kein gutes Erziehungskonzept. Und ich wusste, für das könnte ich sogar eingebuchtet werden. Ich denke, immer auf dem Spielplatz werden Kinder psychisch misshandelt. Das ist auch nicht optimal, aber für das wird man nicht eingebuchtet. Aber ja, nicht schlafen, der Spielplatz ist hochgefährlich, oder? Aber ich habe gewusst, das ist nicht okay, oder? Und es hat mich von innen angefangen versucht. Ich wollte es nicht, was ich sagen könnte. Und daher habe ich mir gesagt, dass der Heiligeist mir sagt, erzähl es dem Silas, der heute auf Besuch kommt. Das ist der Götti-Bub. Äh, nicht der Götti-Bub, der Götti vom Phileas, ja. Das war den ganzen Nachmittag bei mir. Er hat nichts erzählt, oder? Ich wollte einfach sagen, ich muss irgendeine Chance packen, ihm das irgendwann zu erzählen. Ich habe sie erst auf die Bushaltestelle gebracht. Ich meine, das habe ich noch nie gemacht, oder? Das habe ich bei meiner Frau gemacht. Die habe ich immer auf die Bushaltestelle dran stehen, der SBW, überall habe ich sie hergebracht, oder? Total verliebt gewesen. Der Silas hat sich gefragt, Mattis, warum begleitest du mich am Bus, oder? Ja, ich habe mega gerne, Silas, oder? Ja. Bevor der Bus ist gekommen, habe ich ihm gesagt, hey Silas, ich muss dir etwas sagen. Und das war das Geheimnis, das ich erlebt habe. Manchmal ist uns Jesus im Nächsten näher, als in unserem Gebet. Weisst du, ich konnte es einfach nicht abbeten. Jesus habe ich es tausendmal gesagt, aber es hat nichts gemacht. Und manchmal ist Jesus uns im Nächsten näher, als in unserem eigenen Gebet. Warum? Weil Jesus das sagt, dort wo zwei zusammen sind, oder drei, dort bin ich da. Und ich habe es gebraucht, dass ich es ausspreche und in diesem Moment ist das wie weg gewesen. Ich konnte es den Silken erzählen. Und ich habe gemerkt, wenn ich es nicht ehrlich bin, wenn ich es nicht über meine Lippen lasse, dann versäucht es mich. Dann möchte ich einladen. Vielleicht möchtest du es heute auch. Vielleicht weisst du, du brauchst noch ein sehr sorgliches Gespräch, oder du möchtest mit jemandem reden, wo du einfach sagst, ich will mal ehrlich sein. Vielleicht habe ich einen Wunsch an Gott, oder irgendetwas, wo du merkst, das ist mein eins oder zwei Geheimnis in meinem Leben. Und das Letzte, das ist das Schwierigste. Der Nehemiah hat einen mega Wunsch an Gott, und an Artaxerxes. Aber die Frage ist, bist du bereit überhaupt für das Wunder? Der Nehemiah hat die Folgen wissen müssen. Gut, wenn Artaxerxes mir das erlaubt, ist ja ein mega Wunder. Aber das bedeutet eine viermonatige Reise nach Jerusalem. Das bedeutet, ich bin nicht im Mundschenk und nicht Stadtbauer, äh, nicht Architekt. Und ich habe noch nie eine Mauer gebaut, oder? Ich habe zumindest schon mal eine Gartenmauer gebaut, mit Cement, so richtig, oder? Der hat nur immer das Getränk gekostet und dem König gegeben. So ist nichts. Und er hat plötzlich gemerkt, ein Wunder ist eine Verkomplizierung des Lebens. Und das ist der Hauptsatz. Jedes Wunder von Gott ist eine Verkomplizierung von deinem Leben. Wir denken immer, was, ich will ein Wunder von Gott. Aber ganz ehrlich, oder? Wir wünschen sich eine Frau oder einen Partner. Ja. Wir beten mega dafür. Und wenn du sie bekommst, ist ein mega Wunder. Ja. Mega für circa betet oder 28 Jahre lang mega betet. Manchmal habe ich die 28 Jahre lang mehr für eine Frau gebetet, als ich jetzt für sie bete, nachdem ich sie habe. Oder ich meine, jetzt habe ich sie. Aber, weisst du, wir haben keinen Ehevertrag gemacht, circa und ich. Aber es gibt ungeschriebene Gesetze. Ja. Nämlich, ich habe gemerkt, dass sich Liebe daran messen lässt, an der Anzahl ausgebreiteten Küddersäcke. An der Anzahl verbrannter Kalorien. Das haben wir nie festgehalten. Aber es ist irgendwie ein ungeschriebene Gesetz. Ja. Also wehe, ich mache es nicht. Ich habe es gestern extra noch gemacht, weil ich wusste auch, heute habe ich die Predigt, oder? Und es gemacht habe. Ja, eine Beziehung ist ein mega Wunder, aber es ist ganz ehrlich, eine Verkomplizierung. Ein Kind ist ein mega Wunder, aber aus eigener Erfahrung, ein verkompliziertes Leben unendlich. Und ich habe Gott dann schon mal gesagt, du Gott, ich habe für ein Kind gebetet, nicht für schlaflose Nächte. Das ist der Punkt, oder? Ein Wunder, was es auch ist, ist immer eine Verkomplizierung. Und wir haben immer das Gefühl, wenn Gott mich heilt, oder wenn er ein Wunder macht, dann wird alles besser. Aber es gibt eine Situation, wo Jesus die gleiche Frage stellt wie Arthur Xerxes und das ist die spannendste Frage ever im Neuen Testament in der Bibel. Und zwar ist er nach Jericho gekommen und dann gibt es den Bartimaeus, einen Mann, der ein Leiden hat. Und er schreit aus ganzem Herzen, dass Jesus ihm hilft. Und ich habe das lange in meiner Bibliothek immer aufgeschlagen gehabt, das Bild von Bartimaeus, wie er brüllt. Weisst du, der Kieserkort, der das gezeichnet hat, zeichnet Bartimaeus eigentlich zweimal in der genau gleichen Pose, einfach einmal noch mit den Händen im Gesicht. Aber er schreit sich die Seele aus dem Leib, oder? Er schreit zu Jesus. Und sie halten ihn ab und sagen, hey, brille nicht so laut, oder? Wir wollen hören, was Jesus wird predigen. Er schreit weiter und Jesus gehört sie irgendwann und sagt, bringe ihn zu mir. Ja, jetzt wird der Bartimaeus zu Jesus geführt. Und das heisst, auch noch explizit er hat noch seine Augen verbunden. Was ist, ach, und das ist jetzt Dialogfrage Bachelor, was ist dem Bartimaeus sein Problem? Hat er Hunger? Das ist nicht sein sexistisch. Oder er ist blind, das sieht ja jeder, der Augen hat. Aber was fragt Jesus, der Bartimaeus, und das ist die Frage von Markus, ähm, wir sehen es jetzt gerade, wo steht, Zeifers 51. Ja, das ist richtig sie. Ähm, musst du noch einmal zurück. Da sagt Jesus ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Es ist die gleiche Frage wie der Artaxerxes. Ja, ich habe Bartimaeus in einer Stelle hat mich irgendwie verarscht gefühlt. Ja, Jesus, du siehst es? Oder? Wieso fragt Jesus die Frage, was willst du? Und es ist das, bist du bereit fürs Wunder? Das fragt Jesus. Weil der Bartimaeus muss wissen, hey, von dem jetzigen Tag an kann ich nicht mehr einfach in der Stadt sitzen und betteln. Von jetzt an muss ich das Leben in die Hand nehmen. Wenn ich wieder sehe, bedeutet das, ich muss für mein Geld wieder arbeiten und kann nicht nur am Strassrand sitzen. Er merkt, ein Wunder ist eine Verkomplizierung des Lebens. Er sieht das plötzlich, der Bartimaeus. Und darum stellt Jesus ihm die Frage, was willst du überhaupt? Und ich habe manchmal das Gefühl, Gott stellt uns die Frage, was willst du überhaupt, damit wir uns bewusst werden, hey, wollen wir das Wunder wirklich? Ich habe jetzt im Sommer, im Juli, das war der Moment, ich habe mega dafür gebetet, dass Gott uns wie ein Zeichen gibt, dass wir hier die Kirche bauen dürfen. Das ist mein grösster Wunsch gewesen, ich möchte die Kirche bauen, ich möchte die Kirche bauen. Und es ist als ob Gott mich fragt. Matthias, meinst du das wirklich ernst? Weil, wenn du für eine Kirche betest, betest du für viele Probleme. Ja, du betest für schlaflose Nächte, du betest dafür, dass du wieder anfängst zu fasten, du betest dafür, dass du immer dran bist. Willst du das wirklich? Und das ist die Frage von Gott an dich, welchen Wunsch du auch immer hast. Bist du bereit? Weil, ein Wunder von Gott darf dich nie weiterbringen, als dein Charakter tragen kann. Du fragst vielleicht, ja, Matthias, ich habe das eigentlich alles durchgemacht und ich glaube, ich bin auch bereit für das Wunder. Ähm, aber wieso geht es dir so lange? Und ich habe für mich einen Grund Satz. Ich bete dann einfach ein Gebet pro Mal. Und ich weiss, ich bin ein Gebet näher am Wunder. Aber ich mache es einfach ein Gebet pro Mal. Ein Einsatz pro Mal. Und ich weiss, ich bin einen Schritt näher am Wunder. Ich weiss es auch nicht. Oder die häufigste Frage in den Psalmen ist? Wie lange noch? Ja, habe ich einfach schon erbracht. Es ist nicht worum geht, sondern wie lange noch? Wieso? Weil das worum können wir irgendwie nie erklären. Warum geht, was macht und was nicht, das ist einfach, das ist, da hat er eine eigene Logik. Ist auch nicht Schweizer, oder? Aber die meiste Frage 20 Mal ist, wie lange noch? Und unser Zeitgefühl gleicht im Blick auf Gott manchmal der Kinder, die einfach immer fragen, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch, oder? Und einfach jeden, jedes Mal sage ich, ein Gebet pro Mal. Aber das Wunder darf mich nie weiterbringen, als mein Charakter. Und ich habe da eine Erfahrung gemacht in meinem Leben, darf ich eigentlich auch nicht erzählen. Aber ich bin mit 18 von zu Hause weggezogen, zu schlummern Eltern gekommen. Und Joshua war so ein Autofreak. Er hatte zwei so richtig frisierte Autos. Mega gut, ja. Er hat gesagt, Joshua darf ich das Auto aussehen. Für mich ist es ein Wunder gewesen, dass er ja gesagt hat, für ihn ist es eigentlich Wahnsinn gewesen. Ich meine, ich habe erst gerade das Billet gehabt. Ich habe ihn eingeschossen zurückgebracht, gratis im Franco. Ich habe ihm keinen Benzin gezahlt, nichts, oder? Für mich ist es ein Wunder gewesen, das Auto. Ja, nach dem Gang nach Gonossa zu ihm und zu bekunden, dass das Auto eingeschossen ist, nicht so wirklich, oder? Er musste eigentlich wissen, dass Matis nicht 200 PS anvertrauen kann, oder? Ehrlich gesagt war es nur ein VE-Bus gewesen, hat höchstens 4 PS gehabt, aber hat dafür einen Lärm gemacht wie etwa 400 Pferde. Voll eingeschossen, aber für mich ist es ein Wunder gewesen. Aber das Wunder hat mich weitergeführt, als meinen Charakter, als meine Fähigkeiten getragen haben. Und das Wunder bei Gott darf dich nie weiterbringen. Und das ist, die Gesinnung musst du haben. Als du kannst tragen. Und vielleicht sagt Gott, du, ich habe da noch einen Punkt. Du willst es vielleicht noch zu schnell. Weil zuerst noch etwas wachsen in dir. Aber dennoch möchte ich heute einladen, was ist deine künste Bitte an Gott? Und ich selber habe wieder für etwas anfangen zu beten. Ich selber habe wieder gesagt, das ist meine Bitte an dich, Gott. Und wenn ich bis auf das Sterbebete bete, das Gebet sprechen muss. Aber irgendwann ist genug gebetet. Es ist nämlich spannend. Also Nehemiah, er kommt und er betet vier Monate lang. Und dann kommt der Tag, wo er sagt, und jetzt sage ich es. Und jetzt ist Beten genug. Es gibt auch Leute, die beten immer und legen die Hände in den Schoßen und machen nichts mehr. Sie sagen einfach, Gott macht alles. Oder Gott macht alles. Klar macht er alles, steht auch in der Bibel. Aber das heisst nicht, dass du nichts mehr machen musst. Irgendwann sagt Gott, jetzt ist genug gebetet. Und das ist bei Nehemiah der Fall. Er betet im ganzen Buch Nehemiah neunmal. Aber jetzt merkt er, jetzt muss ich aufhören zu beten. Und jetzt muss ich anfangen zu handeln. Martin Luther wird eigentlich ein Zitat zugeschrieben. Gehört gar nicht dem Martin Luther. Wir finden es nie in der Weimarer Ausgabe, in allen Schriften, die Martin geschrieben hat. Sondern ironischerweise hat es einem Katholiken geschrieben. Das finde ich immer mega super. Alles, was die Katholiken gut gemacht haben, tut man Martin Luther herunterschieben und alles andere ist böse. Und eigentlich stammt das Zitat von Ignatius. Stammt aus dem 16. Jahrhundert. Hat etwa die gleich moderne Frisur wie von John und Charles Wesley. Er hat gesagt, und das kommt nicht von Martin Luther. Ja, wichtig. Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und Arbeiten, ob alles Beten nichts nützt. Du musst irgendwie ein schöpferischer Und sehen. Du musst beides. Du musst beten, als ob es nichts bringen würde, wenn du irgendetwas machst. Aber an einem Punkt in deinem Leben musst du aufhören zu beten. Und meine Frage ist, ich meine, ein Gebet an Gott ist gut. Aber es kann sein, dass du an irgendeinem Punkt in deinem Leben musst aufhören zu beten und anfangen zu handeln. Oder du kannst beten, Gott segne meine Ehe. Bitte segne meine Ehe. Aber irgendwann musst du aufhören zu beten. Und ich frage, wann hast du das letzte Mal deinem Partner, deiner Frau, deinem Mann gesagt, hey, das, was ich dort gemacht habe, das tut mir leid. Weil das sind die vier gesegnetsten Worte für eine gesegnete Ehe. Dort müssen wir nicht beten. Dort müssen wir etwas machen. Und ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal deinem besten Freund, deinem Partner, deiner Frau gesagt, hey, das, was ich dort gemacht habe oder das, was ich dort gesagt habe, das tut mir einfach mega leid. Irgendwann musst du aufhören zu beten. Du kannst fromm falsch sein. Du kannst mega glauben, aber für deinen Glauben braucht es dann kein Glauben mehr. Du kannst nur beten, aber du machst nichts. Und das ist Glauben ohne Glauben. Du musst an einen Punkt gekommen von deinem Leben, wo du sagst, oh, und jetzt muss ich etwas machen. Und ich möchte das vergleichen mit einer Geschichte von Mose. Der Mose steht mit dem ganzen Volk vor dem Schilfmeer. Und er weiss, vorwärts geht es nicht, weil Schwimmen haben sie in Ägypten nicht gelernt, das ganze Volk. Dort haben sie nur Pyramiden gebaut. Ja, selbst mal. Zurück geht es auch nicht, die Ägypter. Im Norden geht es auch nicht, jetzt sind dort Ägypter. Im Süden ist Sahara. Geht es auch nicht weiter. Überleben wir nicht. Was machen wir? Und dann gibt es den schönsten Vers, 2. Mose 14, Vers 14, da steht folgendes. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Oder da steht es, bett einfach, mach nichts, Gott macht alles. Und diesen Vers, den liest man immer, den freut man sich, findet man mega gut, klappt aufs Auto. Aber dann nachher, ja, dann kommt Vers 15, der folgende Vers steht, was schreist du zu mir? Und sie hatten leider damals noch keine Smileys gehabt, aber ich glaube, wenn Gott heute die Bibel schreiben würde, dann würde es dort noch so ein Smileys geben. Der Gott fragt Mose, hey, was schreist du noch zu mir? Sag den Israeliten, dass sie jetzt weit sein soll und du sollst den Stock nehmen und übers Wasser halten. Und den habe ich noch nie gesehen, dass man den betont. Aber der Mose, das ist übrigens seine Lieblingsgebetsart. Der Nehemiah betet immer zum Gott vom Himmel und der Mose schreit immer. Ich kann sagen, dass ich da mit zwei Millionen Leuten unterwegs bin, dass Gott mich wirklich hört, muss ich schreien, oder? Und Gott sagt ihm, was schreist, hör auf beten. Irgendwenn musst du aufhören zu beten und vorwärts gehen. Und wieso gehen wir nicht? Ich glaube, weil wir Angst vor nassen Füssen haben. Wir haben Angst, enttäuscht zu werden oder wir haben Angst, wirklich das Risiko einzugehen, weil später stehen sie nochmal vor dem Wasser, vor dem Jordan. Mose ist zwar gestorben und sie können wieder nicht mehr vorwärts. Und Joshua 3 ist die Geschichte und dort heisst es eigenartigerweise, dass Gott sagt, nicht hebt die Hand übers Wasser, sondern sagt zu den Priester, geht und steht in Jordan ein, macht euch die Füsse nass. Und ganz ehrlich, wenn ich Priester gewesen wäre, ich hätte Gott gefragt, ja Gott, kannst du nicht zuerst den Jordan teilen, ein Wunder machen und dass ich zumindest trockenen Füssen, also wenn ich schon durch den Jordan durch will, oder den trockenen Füssen, bringt dir nichts, dass ich zuerst nass bin. Das wäre meine Frage gewesen. Aber sie mussten zuerst in Jordan einstehen, die Füsse mussten nass werden und dann hat Gott das Wunder gemacht. Wieso das? Ich glaube, es ist ein Test von Gott. Und wir wünschen uns immer, dass Gott das Wunder macht, bevor wir den Schritt machen. Weil dann ist für unser Glauben kein Glauben mehr nötig. Darum sagt Gott manchmal, hey, geh, jetzt ist genug gebetet. Das ist wirklich Glauben. Das ist Glauben hoch zwei. Und bis selber ein Wunder. Ich glaube, Nehemiah war ein Wunder in seiner Person, als er nach Jerusalem kam. Und das war das grössere Wunder als das Wunder, das er erlebt hat, dass Arthur Xerxes ihm erlaubt, zu gehen, für zwölf Jahre. Und ich glaube, unser grösserer Wunder ist, wenn wir sagen, es tut mir leid, als wenn wir unser Leben lang für unsere Ehe betten. Ich glaube, ein grösserer Wunder ist, wenn wir uns plötzlich anfangen zu fragen, wo kann ich ein Wunder sein für den Nächsten? Wo kann ich ein Wunder sein für unsere Kirche? Wo kann ich ein Wunder sein für meinen Arbeitskollegen? Wo kann ich ein Wunder sein in meinem Umfeld, in meinem Alltag? Nicht nur, was will ich für ein Wunder, sondern wo will ich ein Wunder sein? Und das ist der Anschluss, den Nehemiah uns gibt. Wo willst du ein Wunder sein? Nimm deine künstliche Bitte an Gott. Aber schlussendlich will Gott aus dir ein Wunder machen. Er will nicht nur an dir ein Wunder machen, sondern durch dich ein Wunder. Und dann wirst du erleben, was Nehemiah er erlebt hat, er hat erlebt, dass der König von Persien ihm sagt, und jetzt gehen. Jesus hat es erlebt, dass ein römischer Hautmann kommt und vor ihm auf die Knie geht. Und eigentlich ist das falsch. Jesus musste vor ihm auf die Knie gehen, oder? Der Hautmann war höher als Jesus. Aber du musst mit Gott erleben, dass Menschen, die an sich in einer höheren Position sind, kommen und dir werden dienen. Der Artaxerxes hat ihm Nehemiah gedient. Warum? Weil er eine grosse Bitte an Gott hatte. Und er ist dadurch zum Wunder geworden. Und ich glaube das, wir werden das auch erleben. Dass andere, die eine höhere Position haben, für uns eine Art des Wunder werden, die uns einen Erlass geben und uns laufen lassen, damit wir ein Wunder sein dürfen. Lass uns beten und ich möchte auch dann noch kurz Zeit geben, dir persönlich ganz einfach zu fragen, was ist mein Wunder? Und wo will ich ein Wunder sein? Jesus, ich danke dir, dass du die Fragen bei dir erst gestellt hast und du stellst sie heute oben uns. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und Jesus, jeder von uns hat Wünsche, hat Erwartungen an dich. Und ich möchte dir die jetzt bringen. Und ich lasse dich ein für dich im Stillen. Das erste Mal, vielleicht seit langem oder überhaupt mal einen Wunsch Gott zu sagen. Und zu sagen, Gott, das ist eigentlich mein Wunsch. Jesus, manchmal haben wir aufhörig gebeten, für ein Wunder, weil wir enttäuscht sind worden, weil einfach nichts passiert ist. Wir haben gefragt, wie lange noch oder warum. Vielleicht ist es, weil unser Charakter uns nicht tragen kann, was ein Wunder auf einer Komplizierung bedeuten würde. Vielleicht ist es einfach nur in dem Moment. Ich weiss es auch nicht, aber was sicher ist, unser Wunsch wird uns versäuchen, wenn wir ihn dir nicht sagen. Und du ihn vielleicht kannst heiligen, du kannst ihn wegnehmen oder du kannst ihn erfüllen, was auch immer. Und ich bete darum, dass wir neu den beten dürfen, unseren künstlichen Traum. Dass wir neu beten dürfen, das, was wir wirklich von dir wollen. Und dass wir erleben werden, wie Nehemia, dass du die Türen auftunst, dass du im Himmel die Schachteln raushalst, die die Antwort ist für unser Leben. Die Antwort ist für unseren Wunsch und unser Gebet. Ich bete, ich segne das Haus.